Hey, Könners! Was geht'n bei euch ab? Junge? Oder was? Oder Mädchen oder so? Mir wurde geraten, ein Spiel namens... Ich find' den Namen nicht. Wie heißt das denn jetzt? Critical Annihilation oder sowas? Achtung! Vorsicht! Left Maus, Machine Gun, Right Maus, Rockets... AIM TO CURSE, SHIFT, RUN, ONE, ACTIVATE RC-130 und ESCAPE OPEN MENU. Okay, gut. SPÄS! LOS! Das ist so schön! Hey, Leute! Hey! Boah, die Raketen! Krass! Hast du gesehen? Alter Verwalter, die Graphics, fucking Meichen! BATCH! Und das Geräusch... Und jetzt mach' ich den scheiß Baumstab kaputt, Junge! Das ist so crazy! Ich bin fast tot, irgendwie, ne? So nebenbei. Okay, ich brauch'n neuen Versuch. Ich darf mich nicht so von dem Crescent Soundtrack mitreißen lassen. Ähm, genug mitgerissen. Ich mach' mal Paint. Was ist Paint? Kurzer testen. Ach so, einfach mit Paint-Dingern, Paint-Kugeln. Ah, das ist aber Shany-Kanone, hä? Ne, ich bring' mich kurz um. Ne, komm, warte. Exit to Main-Menü. Exit, 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 exit... Bitte tötet mich, ja! Ich will jetzt hier ganz viel überleben und dieses AC-Ding freischalten. Oh, es ist bereit, ACHTNG! 1! Los, wie geht es?! Ah! Achso, mit Rechtsklick. Da, BITCH! Fuck, Scheiße! Okay, wartet kurz, wartet kurz! Das war mein Score jetzt grad eben oder was? 111? Da oben steht eigentlich mein Kill-Count, aber ich kann es nicht sehen, wegen Freps. Kurzbereit-Mache. Warte mal. Und noch'n Schluck Ding. Mmh. Wir laufen einfach im Kreis. Wir machen jetzt mindestens 200 Kills. Sonst beiß ich mir fest in den Finger. Los! Kommt doch her, ihr Penisse. Kommt doch her, oder was? Die spawnen im Unzeigersinn. Guck mal, jetzt ist gleich hier unten einer. Ja, tot ist er. Hier links bestimmt auch gleich einer. Tot ist er. Hier bestimmt auch einer. Und hier und hier. Oh, ich werde angerufen. Nicht, wenn ich gerade spiele. Fuck! Oh Gott, wir sind hier vorbeischießen. Crazy, my fuck. Oh, fuck! Nein! Ich muss noch bis 200 überleben. Ich darf mich nicht beißen, wisch? So eine Eigenverstümmelung ist ja nicht gut, wenn man das so sieht. Bam! Fuck! Bam! Oh! Okay, weiter geht's. Ich werde nach unten ballern. Bam, 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 hier oben. Die Pisser weg. Ausrotten. Bam! Ich bin Hyper, Motherfucker. Was ist das? Oder was? Ich habe vor das Haus gefunden. Nein, geht weg! Was kann ich hier machen? Ich kann hier verrecken, oder was? Nein, fuck! Wie viele habe ich? 166? Ah! Ah! Na ja, ist nicht schlimm, oder? Einmal noch! Oder habe ich 266? Ich habe mich jetzt für umgebissen. Wenn das stimmt, weiß ich mich gerade noch mal. Ein Versuch noch. Und wisst ihr was? Ich mache jetzt ein kleines Spiel draus, okay? Alle, die YouTube haben, falls ihr wollt, einfach mit und versucht mich zu schlagen. Das, was jetzt, was ich jetzt mache, was jetzt zählt, also was ich jetzt erspiele, zählt. Und wenn ich, äh, und ihr müsst die Kills überbieten. Und wenn ihr das schafft, dann habt ihr es geschafft. Los geht's! Los geht's! Habt ihr die falsche Taste gedrückt, kann immer passieren. Ich will jetzt sofort in dieses Haus, wisst ihr euch. Wir gucken, was es da gibt. Bestimmt. Was tolles. Schokolade oder so. Was hat er mich getroffen, Junge? Das war ziemlich knapp. Hey, ich sage dir, ich habe ihn einfach angekackt. Yo, yo. Ja, ihr müsst dabei auch rappen. Also, zumindest Sprechgesang ausüben. Aber wenn das deletantisch. Aha! Von hinten wollte er sich ranpirschen, aber nicht mit mir, weiß ich. So ein Bad Motherfucker wie ich, den kann man halt nicht mal abpirschen, oder? Dann gehe ich nach Hause. Ich will noch ein bisschen grillen. Du sagst, du willst lieber eine Runde mit deiner Mutter chillen. So viel nur mit deiner Mutter. Also, mit euren Müttern. Was ist hier los? Gucken die mich auch gerne, oder was? Hahaha! Oh, fick die Wurst, Mann! Ihr seid so hart ge... Tritt mich jetzt auch! Boah! Ich habe wie viel? Nur 133? Habe ich vorhin nur 166 gehabt, oder was? Okay, ich will noch eine Runde spielen. Aber ihr müsst die 133 schlagen. Aber auch das, was ich jetzt gewinne. I'm ready like a fucking daddy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8, 10. 10 habe ich schon. Haha! Wie ich sie dahin getroffen habe! Er steht so da und denkt sich, na gut, vielleicht sterbe ich nicht. Boah! Aber er war tot. Ich wollte eine gescheite Anzeige, wenn dieser blöde Flieger fertig ist. Das reicht mir nicht, dieses... Übrigens, du kannst jetzt wohl schießen mit deinem Flugzeug. Da oben kommen sie angepimmelt gleich richtig viele. Ich muss sie direkt ein bisschen auflösen. Mein scheiß Flieger ist fertig. Ihr seid gefickt, Mann. Bam! Bam! Bo, 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 bitch! Okay, jetzt hole ich sie mir. Bam, bam, wow! Oh, no! Du hast keine Chance gegen mich. Weil ich eine wirklich große Knie unter meiner Tasche habe. Ich werde dich in deinem Gesicht. In einer Flasche. Weil ich... Ich bin krank. Oh mein Gott, wie ich sie rocke! Nein, der Baum hängen geblieben! Sämt nicht! Siebung! Okay, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Bam, bam, bam! Cool bleiben. Jetzt wird doch mal cool, Mann! Oh, guck mal, wie viele es da hinten sind, diesem Ton! Ja! Wie viel habe ich? 276! Ist ja wohl unschaffbar, oder? Wenn es jemand schlägt, mache ich noch eine Folge und versuche seinen Rekord zu schlagen. Und ich sage auch deinen Kanal-Namen, ha? Und ich verlinke deinen Kanal, du Schnösel! Aber du musstest schon schlagen, also auch hochladen. Ich will das sehen, wie du mich geschlagen hast. Hätt irgendwie... Ich habe übrigens 8 Millionen Kills gemacht! Gestern alleine nackt? Nee! Gut! Also dann, vielen Dank für's Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Hallo! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Ciao!